Nach zwei Anschlägen auf die Armee mit mindestens 31 Toten hat Ägyptens Präsident Sisi den Ausnahmezustand für Teile der Sinai-Halbinsel verhängt. Der Nationale Sicherheitsrat beschloss außerdem eine nächtliche Ausgangssperre. Auch der Grenzübergang zum Gaza-Streifen soll geschlossen werden. Medien berichten inzwischen von einer Militäraktion gegen die Islamisten. Gestern war an einem Kontrollpunkt eine Autobombe explodiert. An anderer Stelle hatten Extremisten Sicherheitsleute beschossen. Auf dem Sinai verüben Islamisten immer wieder Attentate.